Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute ein bisschen anderes Setup bzw. ein anderer Winkel aus meinem Büro heraus und zwar hier am PC bei mir und deswegen auch mit anderem Ton, denn ich nehme mit meinem Mic auf, mit dem ich sonst eigentlich auch streame auf Twitch und ja, diesmal wie gesagt anderes Setup. Ich hoffe es gefällt euch, sagt gerne mal in den Kommentaren ob ja oder nein. Nun kommen wir aber zu den Themen vom heutigen Video und zwar wieder ein kleines Update Video. Es gibt Neuigkeiten in der Technik und Gaming Welt, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Zum einen liegt Amazon Dead Island 2, Corsair bringt eine neue SSD raus, die 10 GB lesen kann in der Sekunde, Netzbetreiber in der EU wollen eine sogenannte Streaming-Steuer und Amazon kündigt an, dass die PS5 nur noch auf Einladung gekauft werden kann. Perfekt und damit viel Spaß in diesem Video. Amazon leakt Dead Island 2, wie geil ist das denn? Vermutlich über eine Webseite, also über eine Day One Edition Website, die zu früh online gegangen ist oder eine Produktwebsite quasi auf Amazon, die zu früh online gegangen ist, hat der Shopping-Gigant das Spiel vorab geleakt. Für die Entwicklung sollen die aus Nottingham stammenden Dam Buster Studios verantwortlich sein. Das war früher Deep Silver. Die haben unter anderem so Sachen gemacht wie Metro Exodus oder die Saints Row-Teile. Nicht alle, aber ein Teil davon. Grob gesagt geht es darum, Zombies in Los Angeles schnetzeln und es soll angeblich jetzt laut Amazon League ab dem 3. Februar 2023 auf den Markt kommen. Für die PS4, die PS5, die Xbox Series sowie die Xbox One und den PC. Damit kommen wir zum nächsten Topic des heutigen Videos und zwar Corsairs neue SSD namens MP700. Ich frage mich auch jedes Mal, wie kommen die eigentlich auf diese Namen? Ohne Mist. Wie auch immer, sie soll eine neue SSD-Generation einleiten und zwar können die jetzt 10 GB die Sekunde lesen und um die 9,5 GB die Sekunde schreiben. Dank PCI Express Generation 5. Da gibt es jedoch auch einen kleinen Haken. Und zwar sollen diese PCI Express Generation 5 SSD M.2 Slots aktuell nur auf AMDs 7000er Reihe, Raphael quasi, die jetzt rauskommen, verfügbar sein. Dabei handelt es sich um eine 12 Nanometer Technologie auf dem Mainboard, die den Controller anspricht. Und wie gesagt, das aktuell nur auf den aktuellen kommenden AMD Mainboards verfügbar. Aber trotzdem finde ich es ziemlich cool, dass die Technik da ist und dass jetzt durch PCI Express Generation 5 sowas möglich ist. Ich meine, überlegt euch mal, 10 GB die Sekunde, das ist schon insane. Jetzt muss nur noch Deutschland nachziehen mit dem Netzausbau. Es gibt außerdem auch noch nicht offiziell bestätigte Preise, wie dieses ganze Stückchen Technik dann letztendlich im Markt stehen soll. Und zwar handelt es sich darum, beispielsweise für die 1 TB Version und 140 Euro. Eine 2 TB Version ist angedacht für 250 Euro. Und es soll auch eine 4 TB Version geben für, haltet euch fest, 645 Euro. Wie gesagt, ist alles noch nicht offiziell bestätigt, aber ich denke, so super unrealistisch sind die Preise eigentlich nicht wirklich, leider. Kommen wir zum dritten Thema von diesem Video heute. Und zwar wollen Netzbetreiber in der EU eine sogenannte Streaming-Steuer einführen. Wir zahlen ja nicht schon genug Steuer für jeden Scheiß. Südkorea beispielsweise hat schon eine Streaming-Steuer. Das ist übrigens auch das einzigste Land auf der Welt, die sowas haben aktuell. Deutschland will natürlich nachziehen, beziehungsweise die EU. Man hat aber auch schon gesehen, dass in Südkorea, wo dieses Modell von einer Streaming-Steuer schon Alltag ist, es Negativkonsequenzen hat. Denn die Streaming-Anbieter ziehen sich aus dem Land zurück. Und es wird teilweise so gemacht, dass dann, wenn, keine Ahnung, die Steuer nicht gezahlt wird oder was auch immer, Streaming-Qualität eingeschränkt wird. Wie gesagt, Inhalt wird zurückgeschraubt. Ganze Anbieter verlassen das Land, beziehungsweise stellen ihren Service in dem Land nicht mehr zur Verfügung. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so sinnvoll ist, das Ganze zu machen. Was haltet ihr denn davon? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von einer Streaming-Steuer haltet. Da bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Bleibt aber bitte sachlich und respektvoll. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, Auslöser sind Internetanbieter davon, Telekom und Co. Denn die sagen, hey, durch so Dienste wie Netflix, Amazon Prime und Co. werden unsere Leitungen massiv belastet. Und wir haben davon nichts. Kann man jetzt so und so sehen. Und damit kommen wir zum letzten Thema des heutigen Videos. Und zwar Amazon möchte die PS5 nur noch auf Einladung verkaufen. Was ist denn hier los in diesem... Da, wo leben wir? Prime ist nicht mehr nötig, dafür eine Vorbestellung, beziehungsweise eine Anmeldung, um eine Einladung zu erhalten für eine Vorbestellung. Hintergrund ist natürlich, wie man... Was soll's anderes sein? Lieferengpässe und Amazon hat deswegen diesen neuen Bestellprozess jetzt in die Wege geleitet. Der Händler begründet das, ich zitiere, so. Dass so möglichst viele echte Kunden diesen Artikel mit hoher Nachfrage kaufen können. So ein genannter Scalper-Schutz. Jetzt frage ich euch, was haltet ihr davon? Ich meine, grundsätzlich ist der Gedanke nicht verkehrt. Wir haben das mitbekommen, auch bei Grafikkarten, vor allem in den letzten zwei Jahren, wo jetzt Corona noch auf der Hochphase war. Haben wir jetzt alle mitbekommen, Grafikkartenpreise, Konsolenpreise, alles was Chips ist, Gaming und so weiter, ist massiv in die Höhe gegangen. Und deswegen möchte Amazon jetzt hier einen kleinen Riegel vorschieben, um eben diesen Scalpern irgendwo, ja, die Sache zu erschweren, ja. Weil das, um euch kurz abzuholen, für die, die es nicht wissen, es handelt sich da um ein System. Leute haben Bots geschrieben, Skripte geschrieben, die automatisiert, zum Beispiel die Kreditkarteninformationen hinterlegt haben, Banksachen und so weiter. Damit sie in den Online-Shops einfach, sobald was auf Vorrat ist, der PC oder das System von denen, der Bot quasi, automatisiert alles kauft, was da ist. Und da kommt natürlich ein Mensch gar nicht gegen an, weil das Skript haut die Bestellung durch, zack, 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 abschicken, bumm. Da kommst du gar nicht mit als Mensch. Und das wurde halt massiv gemacht, weil die Leute natürlich erkannt haben, ey, damit kann man massiv Geld machen, man kann es doppelt so teuer verkaufen. Und deswegen möchte jetzt Amazon mit diesem System einen Riegel vorschieben. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Mittlerweile, glaube ich, ist dieses ganze Scalper-Ding und dieses ganze Masse-Kaufen und Chip-Mangel ein bisschen, ein bisschen wieder runtergeschraubt. Grafikkartenpreise haben sich ja auch erholt, habe ich auch in meinem letzten Video erst erzählt. Und ich weiß nicht, ob das noch unbedingt so nötig ist, oder? Vielleicht verkraut man sich damit jetzt auch so ein bisschen die Kunden. Es kommt meiner Meinung nach, versteht mich nicht falsch, ich finde das System grundsätzlich nicht verkehrt, solchen Machenschaften einen Riegel vorzuschieben. Aber meiner Meinung nach kommt das ein bisschen zu spät. Was denkst du darüber? Schreib es mir in die Kommentare. Übrigens können wir auch gerne darüber mal uns live austauschen, wenn du Bock hast, denn ich streame regelmäßig Dienstag, Donnerstag und Sonntags aktuell, wo ich dieses Video hier aufnehme, auf Twitch live. Wir machen immer Just Chatting unten und ab und zu gibt es auch mal ein entspanntes Story-Gameplay, wo ich euch interaktiv immer als Community mit einbeziehe. Wenn du da Bock drauf hast, guck doch gerne bei mir live auf Twitch mal vorbei. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Wie sieht das jetzt aber eigentlich aus? Wie funktioniert das? Also wer bei Amazon jetzt so eine Einladung beantragt für eine PS5, erhält eine E-Mail, in der steht, ich zitiere, Als nächstes verifizieren wir ihr Konto. Die Einladung hängt von mehreren Faktoren ab, sodass wir die Wartezeit nicht vorhersagen können. Die tatsächliche Einladung kommt dabei per E-Mail und in der Regel ungefähr 72 Stunden spätestens danach. Amazon betitelt dazu auch noch zusätzlich, das Verfahren ist nötig, weil die Nachfrage der PlayStation 5 weltweit immer noch so sehr hoch ist, dass es höher ist als das, was Sony produzieren kann. Deswegen wollen sie auch so ein System einführen. Fun Fact nochmal ein paar Zahlen hinterher. Ich lese gerade nochmal ab, weil ich es mir extra aufgeschrieben habe. Anfang Juni 2022 hatte Sony offiziell gemeldet, dass seit dem Start der PS5 am 19. November 2020 mehr als 20 Millionen Geräte abgesetzt wurden. Eigentlich sollten es noch mehr sein. Sony konnte aber im letzten Geschäftsjahr, April 2021 bis März 2022, statt der prognostizierten 14,8 Millionen PlayStation 5 gerade mal 11,5 Millionen Geräte herstellen und vertreiben. Und da ist jetzt halt das Problem, wo jetzt auch Amazon entsprechend eingreift. Und ich meine aber, meine persönliche Meinung, wie gesagt, habe ich eben schon gesagt, ein bisschen zu spät. Aber wie gesagt, sagt mir gerne mal eure Meinung dazu. Ansonsten war es das auch schon wieder mit diesem kurzen Update-Video von mir. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen mehr Infos geben, ein bisschen mehr Wert geben. Falls ja, lass mir doch gerne einen Daumen hoch da und abonniere diesen Kanal. Da würde ich mich sehr freuen. Die nächsten zwei, drei Wochen wird es ein bisschen ruhiger, weil ich jetzt erst mal, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video hier aufnehme, nächste Woche in den Urlaub fliege für zwei Wochen. Ich werde schon so ein, zwei Videos hoffentlich noch zeitlich jetzt schaffen, vorzuproduzieren. Aber auf jeden Fall geht es dann Ende September wieder Vollgas weiter. Und falls du Bock hast auf Technik-Videos, Gaming-Videos und einfach so ein bisschen ein paar Laber drumherum, dann lass mir gerne ein Abo da. Und wie gesagt, komm auch gerne mal bei mir auf den Social-Media-Kanälen oder auf Twitch vorbei live. Da können wir uns auch immer gerne austauschen. Ich freue mich drauf. Und in diesem Sinne danke ich dir fürs Zugucken bis zu diesem Punkt. Und mach's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.